Kurzer Hinweis, bevor es mit der regulären Folge weitergeht. Das DryMind-Programm hat ein riesiges Update bekommen und darin findest du jetzt wirklich alles, was ich über den Alkohol weiß. Du kannst das Ganze jetzt aber auch gratis in der Testversion austesten, mit 0% Risiko und 100% kostenlos. Einfach auf www.nie-wieder-alkohol.de gehen und einfach reinschnuppern. Also nochmal www.nie-wieder-alkohol.de und jetzt viel Spaß mit der Folge. Nüchtern betrachtet, der Nie-Wieder-Alkohol-Podcast. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Diese Folge wird ein bisschen schwieriger, also für mich zumindest. Ich hoffe aber, dass sie gehaltvoll genug wird, weil, das muss ich jetzt vorweg sagen, ich bin ja, also für mich bin ich da ja inzwischen glücklicherweise sehr lange raus. Und würde ich mich jetzt hier nicht mit einem Podcast und mit dem Programm und mit den Menschen und so überhaupt mit dem Thema beschäftigen, wäre mir, das sage ich auch ganz oft, wäre mir der Alkohol einfach total egal. Ist aber dann ja zum Glück irgendwie nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass das okay ist und gut so ist, weil es ist und bleibt ja ein fähiger Gegner. Und ich rate halt immer, dass man so ein bisschen versucht, im Vorsprung vor dem Alkohol zu bleiben, als Gegner. Also wenn du dich hier schon ein bisschen quer gehört hast, weißt du ja, dass ich dazu rate, den Alkohol persönlich zu nehmen oder persönlich zu sehen, zu personalisieren, damit man eben halt auch ein bisschen einfacher sauer darauf sein kann. Aber da würde ich vielleicht eine andere Folge zu hören, als dass ich das jetzt nochmal hier erkläre. Aber ich glaube halt, dass wenn man das Bildnis nimmt und anerkennt und so jetzt mal für diese Folge hier gelten lässt, dann macht es Sinn, vorbereitet zu sein, weil der als fähiger Gegner macht das halt auch. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich mit dieser Folge, weil es halt sich heutzutage so weit weg anfühlt, dass ich da jetzt irgendwie in einer, und das war ja damals vernebelt, in so einer eigenen Historie graben und grübeln muss. Und ich weiß nicht mehr genau alles, ich versuche aber so ein Gefühl rüber zu bringen und natürlich das wieder in Kontrast zu stellen zu dem, was halt so heute ist und wie sinnlos sich das eigentlich damals gestaltet hat. Aber ich muss ein bisschen dazu ausholen. Es war 2018, muss es gewesen sein, so im September, Oktober rum, glaube ich, vielleicht auch November, irgendwo da. In diesem Jahr war vorher, so im Mai, April, Mai rum, irgendwann soweit gekommen, dass die Ehe vor die Wand gefahren war. Aus mehreren Gründen, das gehört jetzt hier auch gar nicht hin. Ich habe das dann noch länger versucht irgendwie zu retten, auch davor schon hat alles nicht so richtig hingehauen. Aber ich war ja auch in meiner Primetime, davon ab, auch wenn das jetzt nicht der primäre Grund war. Und dann war irgendwann klar, dass ich da das Feld räumen müsste. Dazu kommt natürlich aber auch, kann man sich jetzt an denken, dass ich dann im, naja, eh schon angetrunkenen Lebensabschnitt so, quasi damit erstmal umgehen musste, dass, so wie das geplant war, mit Familie, mit Kind und so, dass das alles nicht funktioniert, dass das auch nicht werden wird. Dann habe ich da versucht, monatelang drum zu kämpfen, das hat nachher auch nicht funktioniert. Dann war klar, ich muss da irgendwann weg. Und ich hatte natürlich weder Lust auf ein neues Leben, noch hatte ich irgendwie auch die Mittel dazu. Also ich wusste, ich stehe eh vor irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das alles gehen soll. In Summe also alles eine Phase, die nicht sonderlich gut war. Es war jetzt alles andere als eine Primetime in meinem Leben. Und dann habe ich irgendwie durch Zufälle doch eine Wohnung bekommen, wo ich auch schon nicht wusste, wie das gehen soll, tatsächlich damals. Und habe die aber erst ab, ich glaube, Dezember bekommen. Dezember 2018 muss das gewesen sein. Ich bin damals bei zwei Bekannten untergekommen und habe dann, weil ich dann irgendwie zum September in der alten Wohnung raus sollte, da so zwei Monate bei denen in der Einliegerwohnung gewohnt. Und natürlich habe ich da auch die ganze Zeit weitergesucht. Ich habe mich von morgens bis abends vor den Rechner gesetzt, mehr oder weniger nichts getan und habe dabei getrunken. Und habe dann, also auch da wurde ich dann schon mal drauf angesprochen und so. Ich habe es natürlich vertuscht und war sauer auf mich, dass man mich darauf ansprechen kann, weil irgendwie roch die ganze Bude unten nach Sprit und so. Und ja, da hat es auf jeden Fall angefangen und das habe ich schon mal irgendwo erwähnt. Deswegen wäre jetzt ganz zart beseitigt, bitte ganz kurz weghören. Aber es ist einfach die reine Wahrheit. Ich habe dann da auch das erste Mal in meinem Leben, nee, das stimmt nicht, das zweite Mal in meinem Leben, das erste Mal war in meinem JGA, so richtig und dann nachher wirklich dauerhaft, so für einen Monat, mindestens einen Monat eigentlich durchgehend Blut im Stuhl gehabt. Und ich wusste, alter Lachs, du musst zum Arzt. Aber, natürlich, das habe ich hier schon oft zitiert, aber da kommt diese Szene her. Ich bin nicht zum Arzt, weil wenn ich zum Arzt gehe, sagt mir der Arzt, ich habe ein Problem. Gehe ich nicht zum Arzt, habe ich folglich kein Problem in der Gleichung. Ja, und dann gab es irgendwann eine Nacht. Und die ganzen Vorzeichen schon dazu, wie das ganze Jahr bis dahin gelaufen ist, alles dazu. Dann liege ich da und habe einen Puls, der ist abnormal. Und ich habe damals, wo auch immer her, gehabt so ein Blutdruckmessgerät, das Ding, was man sich da um den Arm packt, was aufgepumpt wird, was sechs Stufen hatte. Und das Ding schlug nur noch auf Stufe sechs. Aber nur noch. Und dann habe ich irgendwann versucht, ins Bett zu gehen und gesagt, das kann jetzt alles nicht wahr sein hier. Und es pumpte alles in mir, das fühlte sich an, als würde irgendwann die Pumpe explodieren. Und das krampfte sich alles zusammen. Und dann stellte ich mir natürlich vor, dass das, also ich war natürlich auch schon wieder angetrunken. Ich war ja eh rund um die Uhr betrunken, aber es sind zusätzliche Schwindelgefühle. Und dann habe ich gedacht, irgendwie in der linken Brust oder in dem Arm wird es ziehen. Und dass sich das alles irgendwie, naja, so Richtung Herzkasper bewegt. Und es war wirklich gruselig. Und dann habe ich da aber gesessen und habe gedacht, du musst ein Testament schreiben. Und dann habe ich mich dann irgendwann hingesetzt. Aber natürlich, und jetzt ist das, das ist wieder das vollkommen Bescheuerte. Ich weiß, dass ich ein Problem habe. Ich weiß, was da für körperliche Dinge gerade dran hängen. Ich weiß seit einem Monat, dass irgendwas richtig schief läuft im Körper. Ich weiß, dass im Leben richtig viel schief läuft. Aber was mache ich, wenn ich das Testament schreibe? Ich mache mir natürlich erstmal ein Getränk. Also habe ich mir wieder mein Glas genommen. Ich habe ja immer irgendwie eine Mischung in einem Glas gemacht. Habe irgendwie den Wodka aus dem Kühlschrank geholt. Habe dann da, zu der Zeit waren es so ISO-Getränke, die dazu gefüllt. Und habe mich dann da hingesetzt und habe angefangen, Testament zu schreiben. Natürlich wurde mir da aber weder bewusst, dass ich eigentlich ja nichts habe. So, was denn auch? Und dann habe ich das irgendwann, also es war so ein ganz, ganz, also ich war ja schon betrunken und es war nachts. So, normalerweise habe ich ja nicht immer, muss ich dazu sagen, versucht so viel zu trinken, dass ich dann wenigstens irgendwie schlafen kann. Und auch das lief meistens nicht gut und manchmal lief es dann auch so weit, Entschuldigung, dass ich dann da lag und es sich dann trotzdem noch drehte. Und das muss man dann auch erstmal schaffen, wenn man eh schon ein Peke-Trinker ist, dass sich dann abends noch was dreht. So, dass einem so richtig schlecht und schwummerig war und so. Und so war es da ja auch ungefähr. Das heißt, das, was ich als Testament verfasst habe, war jetzt alles andere als ein klarer Gedanke. Also habe ich das irgendwie hin und her überlegt und nochmal neu formuliert und nochmal neu formuliert. Und dann 3000 Infos in einen Satz rein und nochmal. Und es war halt einfach der totale, also aus heutiger Sicht, der totale Schmarrn. Also da war ja nichts von Bestand bei und auch das Verständnis davon, dass es da auch nichts gäbe, wofür jetzt ein Testament irgendwie brauchbar wäre. Ich habe viel mehr dann irgendwie darüber geschrieben, dass sich die Leute bitte keine Sorgen machen sollen. Und habe dann trotzdem auch da drin es nicht mal geschafft, ehrlich dazu zu sein, was denn jetzt so der Auslöser wäre. Naja, ich habe einfach das so dann formuliert, dass ich, naja, für den Fall, dass was wäre, habe ich es mal geschrieben und dann gesagt, ja, wegen dem kurzen und so. Aber halt null so nach dem Motto, ja, ich bin ja selber schuld dafür. Sondern eher so, ja, nur, wenn rein aus Zufall was passieren sollte. Also sich mit einem Testament beschäftigen, aber blindlings ignorieren, dass man gerade noch einen Sargnagel trinkt, um einem Bild zu bleiben. Das ist halt so himmelschreiend dämlich. Da musste ich neulich tatsächlich dran denken. Und ich habe diese Geschichte von dem Testament, glaube ich, noch nie erzählt. Und immer wenn ich sage, wenn du hier hörst, ne, und du hast noch vielleicht aktiv ein Problem, aber du hörst hier. Und wenn ich sage, du bist schon einen Schritt weiter, als ich das damals war, dann weißt du jetzt unter anderem, dass es wahrscheinlich auch an diesem Punkt so ist. Weil, wie abgedriftet in einer Idee und einer Lebensvorstellung und einer Verblendung muss man denn sein, dass man ein Testament schreibt, statt zu sagen, ich höre auf. Also sich so da rein ergeben und nicht zu sagen, ich nehme das jetzt mal als Alarmzeichnung, gehe zum Arzt oder so. Nee, scheiß drauf. Ist halt irgendwie kaputt und dann formulier es auch noch so, damit bloß keiner auf die Idee kommt, dass du ein Problem gehabt hättest und damit bloß keiner irgendwie was Böses über dich denkt und auch bloß keiner irgendwie eine Schuld hat. Also so feige und so passiv, da kriege ich innerlich eine Hutschnur, die mir platzt tatsächlich. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich heutzutage so eine innere Ablehnung gegen Passivität habe. Und ich habe mich die Tage noch über, also wie gesagt, da bin ich null Experte und da gibt es mit Sicherheit noch völlig andere Gründe dahinter. Aber über eine bestimmte Herangehensweise von einer gewissen Gruppe an das Thema Depressionen unterhalten. Und das war auch so ein rein passiver Ansatz. Und wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen. Ich meine das jetzt nur als Grundgedanke. Ich will niemanden verurteilen. Ich will nichts auf die leichte Schulter nehmen. Ich will nichts aussparen gedanklich, weil ich kenne mich damit nicht aus. Ich sage nur, es ging im Rahmen teilweise um Depressionen, aber auch um den Alkohol. Ich bin ja dann Fan davon, es nicht einfach nur als eine Krankheit zu sehen, von der man sagt, die habe ich jetzt, kann ich nichts daran ändern. Das würde für mich bedeuten, selbst wenn man es in den Genen hätte, selbst wenn das nachgewiesen wäre, selbst wenn man nicht anders könnte, ist es immer trotzdem noch irgendwie zumindest, und wenn es zu zwei Prozent ist, ein Teil von Gewohnheit, schlechten Angewohnheiten, eigener falscher Überzeugung und auch einfach nicht der Aktivität, das Ganze zu ändern. Und diesen Punkt meine ich immer damit, wenn ich im Leben es mir nicht mehr nehmen lasse, heutzutage aktiv zu sein. Und ich war damals ein Häufchen Elend. Es war weder fürs Testament was vorzuweisen, noch war innerlich was vorzuweisen, noch war inhaltlich was vorzuweisen. Und dann sitze ich da und bemitleide mich nicht mal wirklich, weil ich mich nicht mal das traue. Also das wird mir im Leben nicht mehr passieren. Und ich weiß aus felsenfester Überzeugung, dass genau das, und deswegen habe ich es anfangs erwähnt, der personifizierte Alkohol, bei mir der schlechte Berater, dass der nichts anderes als Ziel hätte, mich wieder dahin zu führen. Der hätte gerne gehabt, dass ich eigentlich noch, also dass ich natürlich noch lange sein Kunde bin, wenn man es so formulieren will, dass ich mich aber mit dem Testament so anfreunde und das so geschrieben habe, dass wenn was wäre, ist nicht meine Schuld bei ihm. Aber dann weiß ich ja innerlich, guck mal, jetzt habe ich das Testament ja schon geschrieben, dann kann ich jetzt völlig weitersaufen. Was ich natürlich auch getan habe danach. Und ich war halt der beste Kunde von einem schlechten Berater und der hat ganz gut von mir gelebt. Und das würde mir heutzutage vor allem mit dem Wissen nicht mehr passieren. Ja, deswegen nochmal der Appell, wenn du nicht auch schon genau da gesessen hast und es ist kein höher, schneller, schneller, weiter. Ich habe, glaube ich, in Folge 3 hier oder so ja darüber gesprochen, von den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden. Wenn du so noch nicht gehört hast, bitte mal reinhören, dann verstehst du besser, was ich meine. Es geht ja nicht darum, wer jetzt hier mehr trinkt, wer schwerer dran ist, wer schlimmer dran ist und so weiter, sondern es geht um die Sinnlosigkeit und um das horrend schlechte Angebot, was der Alkohol einem macht und dem, was man danach eigentlich tun kann. Also wenn du irgendwas jetzt davon entdeckt hast, dass du dann auch denkst, boah, ist das irgendwie, ist das daneben? Oder warum macht man denn sowas? Und du beschäftigst dich aber mit dem Thema, während du vielleicht selber ein beginnendes oder auch von mir aus schon ausgereiftes Problem hast, dann hoffe ich, dass es irgendwie als abschreckendes Beispiel zumindest dient, dass du da gar nicht erst hin willst. So, und solltest du das machen und irgendwie am Ball bleiben wollen, bitte wirf mal einen Blick in die Shownotes. Da ist sowohl ein Instagram-Kanal, da ist ein YouTube-Kanal, da ist meine Homepage drin, da ist auf der Homepage sind auch ganz viele Gratissachen, du kannst gratis ins mein Programm reingucken, da ist ein Gratis-PDF, da ist ein, also gar nicht mal so umfangreich, aber ein kurzer Schnelltest so, ob du glaubst, dass du ein Alkoholproblem hast, alles da drauf. Also versuch da mal hinzugucken, ist alles gratis, Hauptsache du fängst irgendwie an und bleibst ein bisschen mehr dabei und machst nicht den ganzen Kappes, den ich da getan habe. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, diese Folge kam heute, falls du sie live hörst, ein kleines bisschen später raus. Es gab ein paar Probleme bei der Herstellung dieser Folge, hat aber eher so terminliche Dinge und ich hatte gedacht, ich würde vorher vorproduzieren, hat aber leider nicht geklappt. Deswegen, falls du jetzt live hörst, entschuldige dafür, wenn du es später hörst, dann ist es ja für dich jetzt so dein Wunschtermin gewesen. In diesem Sinne ganz vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir tatsächlich nur das Allerbeste, hoffe, dass wir uns wieder hören und bis dahin verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt auch heute, Tschüss.